Hallöchen und herzlich willkommen. Oh, sind wir wieder drin? Wir sind wieder drin. In drei, zwei... Halt! Wir sind drin, wir sind drin. Drin? Oh, guck mal da. Oh, da ist voll drauf. Hallo, Freund. The Mountain Lake has been kind to me lately. I'd like to share my good fortune with you, Linus. Den brauchst bestimmt noch. Catfish? 100%ig. Muss ich den spenden. Fisch, Fisch. Da hab ich den Sandfish. Mhm. Das heißt, das können wir machen. Catfish. Tatsache. Lol. Oh? Großer Gott. Dear Dynamite. Ich möchte Ihnen etwas Informationen über ein nächsteres Event geben. Der Feast der Winterstar. Feast, Alter. Es ist Zeit für die Gemeinschaft, Wir sind ja schon fast am Ende. Hm. Clint! Oh. Don't tell anyone. The Feast will take place on the 25th from 10am to 2pm. At the town square. See you then. Major Lewis. Was? Würdest du? Danke. Ähm. Didi, darf ich dich was fragen. Hm? Findest du mich eigentlich hüpf? Hä? Hä? Na. Eigentlich nicht. Mist. Guck mal. Nööö. H還是 Stress. Hat der Dinosaurier grad拍 Most financial school kedai? Da war kein Dinosaurier. Hast du nichts gemacht? Der erste hat nichts gesagt indeed. Oh nein, er hat nichts gesagt. Meek hat der gemacht? Nein, der hat nicht Meek gemacht. Du hast Meek gemacht! Bock. Pock. Ähm. Ähm. Prozent Katzen Prozent manche vor Proben Achso, wir brüten ja gerade, was brüten wir? Einte oder so keine Ahnung ist gut, dass das noch weiß, gell? Ja ja übel, ist schon wieder so lang her schon mal eine ganze Woche her Kreazie- oh Oh, hallo Erstmal alles was hier so rumfleucht streicheln und jetzt alles was hier so rumfleucht melden Procker ist zu jung, um Milch zu produzieren Das war die falsche, aber gut jetzt da unten noch Hä? Es fehlt eine? Ah, die Hörst du Hä, wieso? Ich hab nur Achso, stimmt, ja Würdest du jetzt Du dämliche Kuh Sag mal Du bist so unfähig Oha, ey Sag mal Was ist schon heute los? Die haben keine Milch für dich Hä, dann hab ich für dich kein Foto Du bist jetzt eigentlich Du bist so unfähig Du bist so unfähig So, also das war's für heute Macht's gut Hey Deine Arbeit ist zu Ja, also heute ist nicht so mein Unfähig zum Spielen Mo So Wie lange das jetzt gedauert hat Ja Bis um neun Alter Wollen wir irgendwas machen? Wollten Ähm Fragezeichen Ich glaub du hast noch eine Quest offen War da nicht was? Ne 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 Dann haben wir die schon gemacht Mo Mensch, Clint freut sich über Salat Ähm Weißnaut Guck mal Eier Äh Kauf bei ihm Kauf bei ihm Gold Und schenk's ihm dann Freut er sich doppelt Geopraktisch, ne? Gar keine so schlechte Idee Ich glaub das freut ihn nicht Hoi Es ist unfähig Gold Ein Besuch zu dem Salat sollte mich auf Nichts du denkst? He 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 Jetzt geh erstmal arbeiten Geh du erstmal saufen Oder arbeiten Aber ist doch dasselbe Ich so ja Also Ich sauf auch immer während der Arbeit Während dem Bus fahren Ja selbstverständlich Hallo Oh guck mal da Oh guck mal da Tch Ist schon heut los Klein 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 ist gut Ha 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 Den er schnell checkt Der war schlecht Sand Fisch Fundel complete Plittering Boulders removed Ach ne Das ist ja das gesamte Dish o the sea Ah ja Mhm Mhmm Namm 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 Lecker 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 Riverfisch Wir brauchen noch einen Riverfisch Was brauchen wir denn? Eigentlich für einen Riverfisch Einen Schad Einen Schad Ich muss ja eh hoch Kannst ja mal angeln Aber ich glaube nicht dass die im Winter gibt So meine Einsätze Ich würde jetzt lachen Angelrude reinwerfen Schad Yay Komm probieren wir es Probieren wir es hier Erzähl was wie war dein Tag Normal So wie immer Ja achso Ich soll irgendwas sagen damit du in Ruhe deine Milch trinken kannst Ei Ey das war jetzt ein bisschen Du hättest mir auch einen Hinweis geben können Das ist ein Zuckfisch Fang ihn Du bist so unfähig Das war ein Schad Das war ein Schad Mhmm Den Hedge fascht Cat Oh me so funny Dede Dede Why you so funny To die I don't know Excellent Birch 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 Das wäre so ein Zuckfisch Aber nicht so ein heftiger Das bestimmt nur ein Arsch Oder so Kriege ich Ein Tiger Trout Komm wir gehen mal Ein bisschen Da hoch Wie wäre es mit Hier Ja Zählt es noch zu Fluss? Ja ne Mit Sicherheit Das ging schnell Wenn das mal nicht ein Tiger Trout ist Dann ist es ein Chad Das ist aber ein Naja Ein Tiger Trout Wubeldi Wubeldi Oh das ist jetzt aber Ne Wer weiß Der zuckt Sau Ah du Lidrig Jetzt aber Hey komm streng dich an Alter du verlierst ihn Ja was soll ich machen? Du bist ja unfähig Halt ihn fest Ah Komm schon Los Lass dich nicht demütigen Von dem kleinen Fisch Ich krieg dich Ein Link Card Ja von mir aus Link Call of Duty Mo Mo Hä? Kannst du nicht grad was fragen aber Ja ich versteh nicht Nein Ich antworte einfach mal Nein Die Frage wäre gewesen Willst du Schokolade? Achso deswegen hast du gesucht Ja ich hab ja Schokolade deswegen Ich hab daheim auch noch Schokolade Ich hab noch keines gegessen Ah ich hab meine Adventskalender immer noch nicht Äh aktuell Ja Bist du wieder in einem Zeitplan? Mann So kriegen wir nie Weihnachten Ich glaub da kommt keiner mehr Äh Perch? Nein Was brauchen wir? Äh Ehh 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 Ein Schande Ah ein grüner Riverfisch oder? Ja Wie gesagt aber es kann auch sein dass der erst im Frühling kommt Der dämliche Sau Buur Yay Immerhin hast du eine Joja Cola gefangen Joja Die ist eh viel besser Du bist doch ein Wandel für äh Mist den man so aus dem Wasser zieht Ja gell Einfach Was Spaß macht Gehen wir mal zu den Crap Pots Oh wollen wir eine Windmühle bauen? Nein Warum nicht? Weil du kein Clothes hast Stimmt mir fehlt noch ein bisschen Und es ist Mist Zu Nein Construct Form Buildings Well 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 Amil 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 ja Klopf Ich hab zwei Ich brauch vier Ah aber das ist gut Weil Ja In den Crap Pots ist vielleicht das Material das ich brauche für die Clothes Der würde sich noch freuen wenn Mist drin ist Ja man Oh nein Jawohl Voll viele Crabs Aber das sind gar keine Crabs Das sind ja Cry Fisch Was sind Cry Fisch Weiß nicht ich nenns Shrimp Wie inventar voll Schmeiß die Alge raus Kann man verkaufen Kann man fremd Kannst essen Dann iss sie halt Kann man verkaufen Ich schenke jetzt dem Zwerg kurz ein Ei Oh nein Oh nein Und Lilan ist der Freude sich bestimmt Hey du Da Du hast schon zwei Gifte gegeben diese Woche Ehrlich gesagt Ha 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 Ich die Speck Grob 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 Scheiße man Ja Ist die Alge Ist die Alge E-Green Algae Lecker lecker Plus 13 Energie Das ist ja unglaublich Ähm Ha da guck schön Da 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 Flop 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 Hm Schnell Ich kann demnächst mal wieder Bytes kaufen Jep Ja gut Ähm Ja gut Trash Ah ich hab drei Clothes Eins fehlt mir Hm Und nun? Würmer Scheiße Ich muss erst verkaufen Du kannst doch das Zeug so Nein ich hab kein Inventar mehr Achso stimmt ja What the f- Wie? Ha 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 Gedießt Verklopfe 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 Den ganzen Tag über nur verklopfe da brauchen wir nichts sieht gut aus sieht doch nicht schlecht aus wo sind die penner Guck mal, wie sie... Da wiggeln sie. Wiggeln? Oh. Wiggle, wiggle, wiggle. Wow. Das hat sich schon gelohnt. Oh. Ja, mehr Clay. Clay. Deiner Meid, was tust du? Ich könnte es dir sagen. Oder... Ich weiß nicht, ob das jetzt im Weg war oder nicht. Komm, ich schenke dir Clay. Hier. Warum, ne? Das wird es bestimmt nicht mögen. Deine Seppel ist auf dich. Als ob. Natürlich. Hey, Deiner Meid, hier hast du Dreck. Pänner. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich mit der Schnellreise zum Clint jetzt. Und dann? Und dann? Oh. Ich hab... Äh, nee, jetzt... Ja, doch. Und dann das Artefakt abgeben. Äh, zu spät. Und das macht übrigens der Günther. Oder Gunther? Äh, sag ich ja. Nein, du hast Clint gesagt. Nein, ich hab gesagt Gunther. Der ist immer putz und munter. Ja, gut, dann 15 Minuten, ne? Ha, jo, aber... Aber mit Kind, der ein bisschen heuer im Geh, gell? Siehst du was? Neu. Neu. Tja. Oh, warum hab ich so Müdigkeit? Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht bist du schwanger. Vielleicht? Nein! Aus Holz mach Holz. Äh. Ja, Mensch, halt raus. Da ist nix mehr drin, ne? Da ist schon noch Trash. Ja. Vielleicht krieg mal Kloß. Aus Müll. Aus Müll mach Kleidung. Juhu. Der ist weg. Come on. Hast du auf meine Katze? Hast du dir schon Hallo gesagt? Ne. Ha. Du Katzenhaser. Ich hab eigentlich gedacht, jetzt steht sie drin. Jetzt steht sie drin. Ah, ne, hier oben. Boi, 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 boi. Katze, Katze. Miau. Das ist noch viel zu früh für die Katze zum Reingehen. Also, ne? Wow. Ich bin ein Zauberer. Du bist magisch. Ui. Naja. Hat sich... Ob ich fürs überhaupt nix machen so groß. Ja, fürs Zeitverschwenden. Ja, gut. Kann man auch mal mitleben. Dann bis zur nächsten Folge. Mal schauen, ob ich meiner Ische was schenke. Ja, ja. Bis dann. Bis dann.